Ghana ist für mich ein Land, wo Zeit und Stress ganz einen anderen Faktor hat, wo die Herzenswärme der Menschen die absolute Nummer 1 hat. Ghana ist für mich ein Land, wo man glaubt, dass der Himmel die Erde berührt. Und auf jeden Fall danke, dass ihr da wart, kommt gut heim und noch einen schönen Abend. Ja, ich würde euch nochmal ein Dank sagen für meine Gruppe hier von Grind. Danke, hoffentlich Spaß. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Thank you Vielen Dank.